Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder ein Kite von mir. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt das Wochenende gut überstanden und habt schön gefeiert und es euch gut gehen lassen. Ansonsten, ja, ich bin hier gerade in meiner Garderobe, hab gerade Mittag gegessen, bin total voll gefressen und ja, wie ihr seht, glänze ich und sehe etwas scheiße aus, weil das, was wir gerade drehen, da geht's Anna nicht so gut. Mehr darf ich natürlich noch nicht verraten, aber insofern wundert euch nicht über meinen Zustand. Also ja, dann würde ich sagen, bis morgen und ganz viele Küsse aus meiner Garderobe.